Also haben wir doch die zweite Quest gemacht. Oder nur ein Eindringling auf der Suche nach leichter Beute hier in meiner Wildnis voller dunkler Brut. Nun, was seid ihr? Plünderer oder Eindringling? Weder noch. Den grauen Wächtern gehört diese, ja. Ich spreche nun für sich. Ich beobachte euer Vorankommen seit einer Weile. Wohin gehen sie, fragte ich mich. Weshalb sind sie hier? Und jetzt? Stört ihr Überreste, die lange unangetastet waren? Weshalb? Antwortet ihr nicht. Sie sieht aus wie eine Chase-Sint und das heißt, in der Nähe sind wohl noch mehr. Fürchtet ihr einen Überfall der Barbaren? Ja, Überfall. Ganz schlecht. Sie ist eine Hexe der Wildnis. Sie verwandelt uns in Kröten. Sagen und Legenden, Lügen und Einbildung. Könnt ihr nicht selber denken? Ihr da. Frauen fürchten sich nicht wie kleine Jungen. Sag mir euren Namen, dann tue ich das Nämliche. Aber gern. Na gut. Und ihr könnt mich Morrigan nennen, wenn ihr möchtet. Soll ich raten, weshalb ihr hier seid? Ihr suchtet etwas in jener Truhe. Aber es ist nicht mehr hier. Nicht mehr hier? Ihr habt sie gestohlen. Durchtriebene Hexe. Böse Diebin. Welch Wort Gewalt. Wie besteht man eigentlich Tote? Ohne Probleme, möchte ich meinen. Diese Dokumente gehören den Grauen Wächtern und ihr solltet sie zurückgeben. Das werde ich nicht, denn ich habe sie nicht genommen. Und die Erwähnung eines Namens, die hier keine Bedeutung hat, schreckt mich auch nicht. Wer hat sie dann genommen? Es war meine Mutter. Könnt ihr uns zu ihr bringen? Eine vernünftige Frage. Ihr gefällt mir. Ich wäre vorsichtig. Erst heißt's, ihr gefällt mir. Aber dann, zack, Frosch. Sie stopft uns alle in den Kochtopf, wartet's nur ab. Wenn es dort wärmer ist als in diesem Wald, wäre das durchaus angenehm. So folgt mir denn, wenn ihr möchtet. Okay. Irgendwie ist es doch ein bisschen erbärmlich. Ich bin mit Männern unterwegs, die Angst haben. Naja, auf jeden Fall wird es ganz lustig. Ja, ich sag jetzt im Moment gar nichts. Aber ich mach jetzt hier nebenbei was anderes. Dann kommen wir wieder zurück zum Spiel. Kannst du mal laden? Geht doch. Ich bringe dir vier graue Wächter, die... Ich sehe sie, Mädchen. Hm, ganz wie erwartet. Sollen wir etwa glauben, dass ihr uns erwartet habt? Ihr sollt überhaupt nichts. Glauben schon gar nicht. Wer seine Augen verschließt oder die Arme weit öffnet, kann nur ein Narr sein. Sie ist eine Hexe, ich weiß es. Wir sollten gar nicht mit ihr reden. Still, Daveth. Wenn sie wirklich eine Hexe ist, wollt ihr sie doch nicht erzürmen. Ihr seid ein schlauer Knabe. Traurigerweise habe ich im großen Zusammenspiel der Welt nichts zu entscheiden. Glaubt, was ihr wollt. Und was ist mit euch? Vertritt euer weiblicher Verstand eine andere Ansicht? Was glaubt ihr? Nun ja. Ich bin keine Lehrerin, wenn ihr das meint. Wenn ihr so vehement protestiert, muss ich wohl gar nicht fragen. Vieles an euch ist unklar. Und dennoch glaube ich. Wirklich? Ja, sieht ganz so aus. Das ist also eine der gefürchteten Hexen der Wildnis? Hexen der Wildnis? Das muss Morrigan euch erzählt haben. Sie liebt solche Geschichten, auch wenn sie es nicht zugibt. Oh, wie sie im Mondschein tanzt. Sie sind nicht wegen deiner wilden Geschichten hier, Mutter. Richtig, sondern wegen ihrer Verträge, stimmt's? Und bevor ihr schimpft, euer Siegel war schon kaputt. Ich habe sie gehütet. Ihr... Oh. Ihr habt sie gehütet? Das ist nett. Warum denn nicht? Bringt sie euren grauen Wächtern und sagt ihnen, dass diese Verderbnis größer ist, als sie glauben. Ähm, danke, dass ihr sie zurückgebt. Welch manieren. Stets da, wo man sie nicht erwartet. Genau wie Strümpfe. Oh, beachtet mich gar nicht. Ihr habt, was ihr wolltet. Also dann, Zeit zu gehen. Sei nicht albern, Mädchen. Das sind deine Gäste. Oh, also gut. Ich führe euch aus dem Wald heraus. Folgt mir. Ach, das ist so begeisternd. Gut. Wir werden aber vorher andere Sachen machen. Ähm... Ja. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich glaube, ich müsste das mal rausschneiden, weil das dauert wirklich zu lang. Ah ja. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das alles hier soll. Ich meine, das dauert zu lange. Ich müsste es rausschneiden. Pipapo. Ach, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock darauf. Meine Güte. Weil ich denke an viele andere Sachen. Weil ich gucke hier nebenbei noch... Ich sage es besser nicht. Yeah, wir haben es geschafft. Wir sind endlich aus dieser verdammten Wildnis raus. Und wir bringen erst mal die Sachen für die Läutchen da. Ja, ich habe sogar eine mitgenommen. Ich kann nicht beschwören, dass die Blume meinen armen Hunden helfen wird. Aber einen Versuch wäre es wert. Ich habe, mal sehen, 20 Silber, die ich euch als Belohnung anbieten könnte. Sind euch eure Hunde nicht mehr wert? Nee. Eine Belohnung ist nicht nötig. Ihr seid sehr großzügig. Vielen Dank für eure Hilfe. Vielleicht verlieren wir heute doch weniger Hunde, als ich befürchtet hatte. So, das finden wir schon mal. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo was auf der Karte... Unsere Karte hier... Hier mal ein bisschen zurück. Nee, wie es aussieht, ist keine weitere Quest hier offen, sehe ich gerade. Also heißt es, wir gehen zu Duncan und geben die Sachen ab. Dann kann das mal losgehen. Ihr seid also zurück aus der Wildnis. Hattet ihr Erfolg? Ja, hatten wir. Gut. Die Magier des Zirkels haben alles vorbereitet. Jetzt, wo wir das Blut haben, können wir sofort mit dem Beitritt beginnen. Ah, also vielleicht sollten wir dir von Morrigan und ihrer Mutter erzählen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Erzählst du uns jetzt, worum es hier überhaupt geht? Ich will euch nichts vormachen. Wir grauen Wächter bezahlen einen hohen Preis, um das zu werden, was wir sind. Das Schicksal entscheidet, ob ihr den Preis erst später oder schon jetzt bezahlt. Ist der Beitritt deshalb so geheim? Es wäre schön, wenn diese Geheimnistuerei überflüssig wäre und alle die Notwendigkeit eines solchen Opfers verstünden. Aber leider wird das niemals so sein. Dann mal los. Ich brenne darauf, mir diesen Beitritt jetzt anzusehen. Ich stimme zu. Bringen wir es hinter uns. Dann lasst uns beginnen. Alistair, bring sie zum alten Tempel. Das wird jetzt nicht schön. Je mehr ich über diesen Beitritt höre, desto weniger gefällt er mir. Fangt ihr schon wieder an zu flennen? Was sollen all diese verdammten Tests? Habe ich mir meinen Platz nicht schon längst verdient? Vielleicht ist es so Tradition. Vielleicht wollen sie euch nur ärgern. Beruhigt euch. Wir können jetzt nichts daran ändern. Ich weiß nur, dass meine Frau in High Ever ist und ein Kind erwartet. Wenn sie mich vorgewarnt hätten, es ist einfach nicht fair. Wärt ihr hergekommen, wenn sie euch gewarnt hätten? Vielleicht haben sie es genau aus diesem Grund nicht getan. Die Wächter tun, was sie tun müssen, richtig? Und dazu gehört auch uns zu opfern? Ich würde noch weit mehr opfern, wenn ich wüsste, dass es die Verderbnis auffällt. Du meine Güte. Könnt ihr beide mal die Klappe halten? Genau, Sir Ritter. Versucht euch nicht schon vor dem Ritual in die Hose zu machen. Ich bin nur noch nie auf einen Gegner getroffen, den ich nicht mit dem Schwert bekämpfen konnte. Lasst uns also mit dem Beitritt beginnen. Die Grauen Wächter wurden während der ersten Verderbnis gegründet, als die Menschheit am Rande der Vernichtung stand. Und es begab sich, dass die ersten Grauen Wächter vom Blut der dunklen Brut tranken und ihre Verderbtheit überwanden. Wir sollen das Blut dieser Kreaturen trinken? So wie es die ersten Grauen Wächter vor uns getan haben und wie wir es vor euch getan haben. Das ist die Quelle unserer Kraft und unser Weg zum Sieg. Diejenigen, die den Beitritt überleben, werden immun gegen die Verderbtheit. Wir können sie in der dunklen Brut spüren und nutzen sie, um den Erzdämon zu vernichten. Gut. Bringen wir es hinter uns. Vor dem Beitritt werden nur wenige Worte gesprochen. Aber es sind die gleichen, die auch beim allerersten Ritual gesprochen wurden. Alistair, bitte. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten. Tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird. Und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. David, tritt vor. Okay. Guten Durst. Und er schafft es nicht. Es tut mir leid, David. Tritt vor, Jory. Aber ich habe eine Frau. Ein Kind. Hätte ich gewusst. Es gibt kein Zurück. Nein! Das ist zu viel verlangt. Daran ist nichts Ehrenhaftes. Nee. Es tut mir leid. Aber der Beitritt ist noch nicht abgeschlossen. Du wirst aufgefordert, dich der Verderbtheit für ein höheres Ziel auszuliefern. Von diesem Moment an bist du ein grauer Wächter. Schock. Es ist vollbracht. Willkommen. Zwei weitere, die wir verloren haben. Bei meinem Beitritt ist nur einer gestorben, aber es war grauenhaft. Ich bin froh, dass es zumindest eine von euch geschafft hat. Wie fühlst du dich? Wie soll ich mich fühlen? Ganz gut. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ihr Sir Jor erschlagen habt. Jory war gewarnt, dass es kein Zurück gibt. So wie ihr alle. Und als er nach seinem Schwert greifen wollte, ließ er mir keine Wahl. Es hat mir kein Vergnügen bereitet, seinem Leben ein Ende zu setzen. Aber die Verderbnis fordert Opfer von uns allen. Ich bin dankbar, dass du hier stehst als Beweis, dass sie nicht alle umsonst waren. Habt ihr geträumt? Nach meinem Beitritt hatte ich schreckliche Träume. Solche Träume kommen, wenn du anfängst, die dunkle Brut zu spüren, so wie wir alle. Wir werden es dir ebenso wie vieles andere auch in den kommenden Monaten erklären. Bevor ich es vergesse, euer Beitritt umfasst noch eine letzte Aufgabe. Wir nehmen ein wenig von diesem Blut und füllen es in ein Amulett. So haben wir etwas, das uns an die erinnert, die es nicht so weit geschafft haben. Nimm dir Zeit. Sobald du bereit bist, möchte ich, dass du mich zu einem Treffen mit dem König begleitest. Okay, gut, das machen wir. Und was hat Alistair dazu zu sagen? Hey, warte, warte, Alistair! Wenn der König euch und Duncan sehen will, solltet ihr nicht warten lassen. Er wird sonst wütend, fängt an zu heulen. Ihr fühlt euch schuldig? Kein schöner Anblick. Ich mag seinen Humor. Ach, Alistair ist lustig, aber wir müssen gleich hier mal aufhören. Erstmal mache ich hier die letzten Sachen fertig. Ne, gehen wir mal zurück. Das gefällt mir nicht. Das einmal hier, da. Genau, so können wir es lassen. Und wenn ich mich verskillt habe, dann sagt mir das bitte nicht. Ich will es nicht hören. Hä? Willet der noch was? Ja, weiter. Ah, okay. Ich sehe gerade, wir haben noch einen Punkt. Gut. Das hätten wir schon mal. Jetzt kommt unser großer Dackel. Äh, da, 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 weiter. Okay, was machen wir? Wir können schreckensgeheulen oder ansturmen. Wir nehmen ansturm. Okay, ein Taktikfeld ist dazugekommen. Sehr gut. Wir speichern erstmal. Und ich sag dann mal, jo, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir spielen Dragon Age Oregens und East Ducktown bis zum nächsten Mal. Ich bin Eurig Asami 1982. Bis dann.